Neuköllner Modelle Neuköllner Modelle enthält eine Menge Neudeutung. Nicht nur Köln, sondern Neukölln. Die Spielweise ist als konstruktiv zu bezeichnen mit den Erkenntnissen aus der explosiven Grundlage des Reaches mit Mikrointeraktionen und Reaktionen aus dem Unterbewussten eingesetzt als bewusst radikale Formsätze, die über weite Strecken variiert zu Formerweiterung führen. Modelle für die Auslotung der ungebundenen Rhythmik, Periodik und Methoden der Harmonik Verfahrensweisen Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Prozent der Minuten Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018